Für Rio, Rum und Ramba, Zamba, ein Motto oder auch Motte, die Sonnenschein und Lebensfreude heuchelt. Aber auch in Südamerika gibt es Schattenseiten. Stellt euch vor, eine verauberte Bar mitten in Mexico. Das ist Mexiko, ja? Und was sich das hier abspielt, das ist eigentlich nicht für die Europäische und schon gar nicht für die sächsische Öffentlichkeit bestimmt. Aber, liebe Freunde, diese Schattenseiten war, hat für die Menschen zu heute Abend gelöffnet. Silencio, signores. Brindemos por la gente de la Sierra. Brindemos por México. Y que viva México, señores. Brindemos. Musik 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 Weisse Pussy, Fertje Pussy, Schwannische Pussy, Eike Pussy, auch Weisse Pussy, Garede Pussy, Massen Pussy! Wir haben stinkende Pussy, Saarige Pussy, Blutige Pussy, Bissige Pussy! Wir haben Seine Pussy, Sandpussy, Neuer Pussy, sogar Werden Pussy, Runder Pussy, Hühner Pussy! Ganz Ganz Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020